Wenn Sie sich bemühen, das Evangelium und die Lehre Christi zu leben, wird der Heilige Geist Sie und Ihre Familie leiten. Dann haben Sie ein geistiges Navigationsgerät, das Ihnen immer anzeigt, wo Sie sich befinden und wohin Sie unterwegs sind. Ich gebe Zeugnis, dass der auferstandene Erlöser der Menschheit uns alle liebt, und er hat verheißen, dass er uns sicher in die Gegenwart unseres Vaters im Himmel zurückführt, wenn wir ihm nachfolgen.